Hallo meine Lieben, wir haben heute Tag 18, das heißt 70 Squats. Und das heißt jetzt nicht, dass es jetzt weniger wird an Squats und wir können uns darauf ausruhen, dass wir vorher so viel gemacht haben. Nein, wir haben uns soweit jetzt angepasst in unserer Muskulatur, dass wir jetzt vom Umfang her die Squats an sich reduzieren können, aber von der Kraft her steigern wir uns. Das heißt, es findet dadurch nochmal eine höhere Adaption statt. Das gleiche gilt auch für unsere Squats mit den Kurzhantinnen, die wir dann nach unserem freien Tag morgen dann anfangen. Also morgen ist ja frei und danach beginnen wir mit 60 Squats und dann mit Kurzhantinnen. Und wer keine Kurzhantinnen hat, der kann sich schon mal zwei Wasserflaschen bereitstellen. Das heißt, wir steigern uns jetzt immer mehr und wir werden immer kräftiger und das Fett soll schmilzen und das funktioniert auch. Das ist das Schöne. Und wenn du jetzt auch geben willst, dann denk immer daran, warum du angefangen hast. Also beiß dich durch, du schaffst das und du wirst auch immer stärker und am Ende wirst du diese Squats lieben. Come on. Wir machen heute 40 Squats. Danach gibt es eine kurze Pause von einer Minute und dann werden wir danach eine neue Variante machen, die ich euch gleich in der Pause zeige. Los geht's. Komm, 40 Squats to go. Und ich zähle viermal zehn wie immer. Los. Los. Zehn. Neun. Genieße es. Acht. Sieben. Sechs. Come on. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Noch drei. Komm. Noch zwei mehr. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Noch zwei mehr. Drei. Drei. Zwei. Eins. Die letzten zehn. Komm. Noch neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm schon. Vier. Die letzten drei. Die letzten zwei. Und kurz unten halten. Für drei. Zwo. Eins. Pause. Die Variante von der Seite sieht so aus. Ihr seid im hüftbreiten Stand. Ihr kommt tief, tief, tief. Verlagert das Gewicht auf die rechte Seite und löst das linke Bein und zieht es ran. Und lösen. Ranziehen und lösen. Das Ganze 15 Mal auf jeder Seite. Okay. Das schafft ihr. Keine Sorge. Und lockert euch nochmal schön aus. Statt nochmal tief Luft. Ein- und ausatmen. Kreist nochmal die Arme. Puh. Morgen habt ihr einen freien Tag. Okay. Dann geht's jetzt los. Komm tief. Löse das Bein. Verlagert das Gewicht vorher. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. 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 Vier. Drei. Zwo. Eins. Noch mal. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Die letzten fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Das geht ganz schön in den Gluteus. Morgen hast du einfach frei. Genieße den freien Tag. Wir sehen uns übermorgen wieder mit 60 Squats. Und dann auch mit Kurzhandtrennen. Macht euch einen schönen, gemütlichen Morgen. Tschüss. Bis dahin.